... Hochseger und der Vierer Wir haben Dominik Gasser aus Gleitsch, Jürgen. Zur Mitte 4, Karten Nr. 9, Pöder Hees. Radesch, Rüchen, Württemberg gegen Nibu. Erika und Rastau, 1885, Freiburg, Friedmann. Radesch, Rüchen, Württemberg gegen Nibu. 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 Auf der Matte 3, Wiedsieger, Ludo Zimmermann vom RS190 hier aus Bamporoda. Zur Matte 3, Karten Nr. 10. Alexander Komarowski aus Heimberg-Groß trifft auf Ali, Mamiroft, Eichswald. Sieger auf der Matte 4 wurde Pico Elegant auf Reishof Freiburg. So...